So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Als allererstes einen lieben Gruß an alle Väter dieser Welt am Vatertag. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen, angenehmen Tag. Und genau deswegen bekommt ihr heute ein kurzes, schnelles, einfaches Video zum Thema Kraftstoffsystem am OMA-Golf. Bisher lief dieses Auto auf ganz normalem Sprit. Wir wollen das Ganze jetzt allerdings umbauen auf E85. Ist allerdings zur Situation, zur Situation? Zur aktuellen Situation nicht ganz so einfach, weil es aktuell das Ethanol kaum noch zu kaufen gibt. Man konnte das immer im Internet kaufen. Jetzt aktuell Preise exorbitant gestiegen. Das hat ja mal 1,50 Euro gekostet. Was schätzt du, René, was jetzt? Ich wollte gerade fragen, was schätzt du? 1,50 Euro? Hat es mal gekostet? 2 Euro? Nee, 5, 6, 7 Euro. Also das heißt, dafür, dass man davon auch noch so viel braucht, wird das richtig teuer. Egal, ich habe die Hoffnung, dass das nochmal wieder besser wird. Deswegen bauen wir das erstmal für Ethanol. Wie viel Liter? Also kann man sagen, dass 1 Liter Benzin, wenn der Wagen zum Beispiel nur, sag mal, und das heißt, 1 Liter verbraucht, würde er auch gleichzeitig 1 Liter so verbrauchen? Nee, ungefähr 30 Prozent mehr. Bei gleicher Leistung. Aber jeder, der Ethanol reinmacht, natürlich mehr Leistung fahren will, kann ich aus Erfahrung sagen, dass es eher 50 Prozent mehr sind, weil du tendenziell natürlich auch mehr Leistung obendrauf legst. Das würde man das Spielchen nicht machen. Das heißt, wir müssen radikal alles umbauen, weil aktuell war alles noch relativ einfach. Das heißt, wir haben, wie ihr vielleicht in den Grippfolgen gesehen habt, hatten wir Probleme schon bereits vorher mit dem Sprit, mit Normalsprit. Das heißt, wir hatten erst so eine Walbro-Pumpe im Tank. Die war definitiv zu schwach irgendwann. Dann haben wir dort so eine große AEM-Pumpe reingemacht. Die hat dann gerade so für diese 750 PS gereicht auf Sprit und konnten das ganze System dafür original lassen. Das heißt, wir haben wirklich nur Pumpe getauscht, Filter neu gemacht, alle Rohre, alle Leitungen, alle Schläuche original gelassen. Das ging gerade noch so. E85, Tipp meinerseits, Kraftstoffsystem lieber viel, 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 viel zu groß auslegen, weil man braucht wirklich Unmengen von dem Zeug. Und wenn da mal ein Hauch von der Sekunde Sprit fehlt, ist Motor gleich Schrott. Heißt, Loch im Kolben, Ventil abgebrannt, keine schönen Sachen. Also E85, immer Kraftstoffsystem. Bisschen Schwierigkeiten heute zu reden. Kraftstoffsystem maximal groß auslegen. So, wir haben mit den AEM-Pumpen extrem gute Erfahrungen gemacht. Ihr erinnert euch, wir haben diese beiden Pumpen auch bei Marius in dem Golf verbaut. Dazu haben wir das Ganze so schön ausgelitert bei unserem Kraftstoffdruck und sind dabei auf ungefähr 600 Liter die Stunde gekommen, die die beiden Pumpen machen. Wir blenden das Video jetzt mal kurz ein, um euch das nochmal kurz wieder zu zeigen. Fand ich nämlich, war eine extrem coole Sache. Vier Liter lassen wir laufen. Das heißt, ich fange bei zwei an und versuche bei sechs Stopp zu drücken, in der Hoffnung, dass nicht gerade wieder so viel Schütt gegangen ist. Ja, aber es müsste eigentlich passen. So, weiter, weiter. So, und start. Ein Liter. Zwei Liter. Drei Liter. Dreieinhalb. Krass. Das ist halt bei, das ist jetzt pures E100 und bei E100 ist wirklich krass, wie schnell das verdunstet auch. Ja, das ist immer nicht zu unterschätzen. So, 22 Sekunden für dreieinhalb Liter. Äh, 3,5 geteilt durch 22 mal 60 mal 572 Liter die Stunde. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall nochmal gesehen, was diese Pumpen können. Jetzt zeige ich euch, wie wir das System eigentlich aufbauen. Also, aktuell ist im Tank schon eine große von diesen Pumpen. Die bleibt in dem Tank auch drin. Allerdings, der Zulauf, der sonst vorne zum Motor ging, den werden wir einkürzen und dieser Zulauf geht dann an diesen Catchtank, an diesen Anschluss. Sobald dieser Catchtank komplett voll ist, geht der Sprit einfach von hier wieder zurück in den Tank. Das heißt, dieser Catchtank sitzt so hinten am Unterboden. Das zeige ich euch später alles noch am Auto. Jetzt gerade gibt es erstmal die Basics. Das ist eigentlich ein Catchtank bei uns aus dem Sortiment für zwei 044er Pumpen. Den haben wir allerdings bereits schon umgeschweißt. Das heißt, die Halter sind schon für den Golf 3 Unterboden. Und wir haben links und rechts direkt Halter für die Spritfilter angemacht. Das heißt, das Ding gibt es sonst nur als Universal und du hast jetzt... Das ist normalerweise einfach nur ein Pumpen Catchtank für 2 044er. Ich wollte das Ganze aber ein bisschen kompakter haben, deswegen direkt so klackern unterboden. So, jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Jeder, der Ethanol fährt, ihr müsst leider Alu-Teile schützen gegen das Ethanol, weil das fängt die Tiere schnell an zu korrodieren. Deswegen ist dieser erst eloxiert worden. Der ist quasi komplett eloxiert und anschließend habe ich ihn noch Pulverschichten beschichten lassen, damit das Ding jetzt optimal gegen jeglichen Rost bzw. Korrosion geschützt ist. Ich glaube aber, das wird auch ganz geil am Unterboden aussehen, weil, also der hängt nicht raus. Da ist so viel Platz beim Golf 3, Frontantrieb, da hinten. Das geht schon. So, das heißt, das Kraftschutzsystem folgendermaßen aufgebaut. Aus dem Tank geht es in den Catchtank. Wenn Catchtank voll geht, ist zurück in den Tank. Kraftstoffsystem Nr. 1. Dann kommen hier zwei von diesen 044er rein. Die gibt es praktischerweise mittlerweile mit Rückschlagventil direkt. So, man sollte nach Möglichkeit immer ein Rückschlagventil im Vorlauf haben. Das hat einfach den Vorteil, es kostet zwar ein ganz bisschen Fördervolumen, aber das ist in dem Fall egal, weil die Pumpen eh groß genug sind. Das Gute ist aber, ihr macht die Zündung aus und der Druck im Kraftstoffsystem kann nicht wieder zurück entweichen, sondern egal wann wie wo der Druck ist, immer auf dem Kraftstoffsystem. Und das sorgt einfach dafür, dass das Auto deutlich einfacher und schneller wieder anspringt. So, die gibt es mittlerweile auch sogar, dass die 1 zu 1 einfach in den Ausgang geschraubt werden. So, anschließend kommen diese beiden Pumpen mit dem Ohrring hier rein und werden einfach nur von der Platte am Ende gesichert. So, das ist immer, das kenne ich noch, das Spielchen ist ein bisschen, muss man leider die Pumpen ein bisschen bearbeiten, weil die sind hier so gekrimmt und werden jetzt vom Durchmesser her größer. So rum kriegen wir es logischerweise auch nicht rüber, weil das hier geklemmt wird. Das heißt, das müssen wir noch ein bisschen zurecht bearbeiten, dass dieser Deckel da rüber geht. So, aber anschließend sitzen die beiden Pumpen da drin und dann kommen unsere Benzinfilter. Die machen wir in diese angeschweißten 60 mm Halter und die werden wir anschließend einfach miteinander verbinden, damit wir dazwischen noch ein bisschen Schlauch kriegen, wird das Ganze ungefähr hoffentlich, ich denke mal das wird ungefähr so oder so, mal gucken, jetzt gucken wir uns dann im Auto an, wie es am schönsten aussieht und das gleiche hier auch nochmal. Hinten gehen wir dann mit einer Dash 6 Leitung weg. Das ist jetzt hier Dash 8, das ist ein Tuppen größer, ist aber nicht schlimm, das machen wir aber weil ich das Rückschlagventil haben will und das gibt es halt nur in Acht. So, hinten kommt dann ganz normal ein Dash 6 drauf und zack können wir einfach mit zwei Leitungen nach vorne gehen. Auf die Leitung gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber die kommen dann von hinten hier so schön bündig dran vorbei. So, irgendwo an dem Tank vorbei kommen dann zwei Leitungen, die gehen am Unterboden nach vorne. Das coole ist allerdings, wir verwenden bei uns aus dem Dortiment diese PTFE Schläuche, das heißt hier eine Teflon Innenseele. Ich kann euch sagen, wirklich egal wie, wo, was ihr macht, bei diesen Schläuchen braucht ihr keine Angst mehr haben. Sie können brutal Druck. Wir haben die bei Marius sogar Vorlauf-Servopumpe eingebaut. Jeder, der sich mit Hydraulik auskennt, weiß, auf einer Servolenkung sind mal schnell so 80, 90 bar drauf. 0,0 Probleme. Diese Teflon Innenseele ist sowohl relativ temperaturbeständig als auch extrem beständig gegen jegliche Flüssigkeiten. Das heißt, einmal diese Leitung nimmt für immer Ruhe. So, jetzt wird der eine oder andere sagen, boah ist die aber klein, weil die so klein aussieht. Da kann ich euch beruhigen. Die sieht nur so klein aus, hat aber einen riesigen Innendurchmesser. Dadurch, dass die Wandstärke einfach so gering ist, hat eine Dash 6 Leitung, die außen gerade mal 11,5 mm hat, hat tatsächlich in knappe 9 mm. So, das heißt, das ist theoretisch zweimal der originale Zulauf bzw. noch mal ein bisschen größer. Der originale Zulauf hat ungefähr 7 mm. Wir haben jetzt zweimal 9 mm. Also da geht richtig was durch. Ja, das Ganze muss natürlich irgendwie am Unterboden verlegt werden. Das zeige ich euch aber später. Ich habe mir aber überlegt, ich werde da zum Schutz des Schlauches noch irgendwie was bauen, dass ich da so ein Aluprofil so ein Aluprofil festmache, wo man hier so wunderschön diesen Schlauch reinlegen kann, dass der halt wirklich so fest am Unterboden ist. Voll die gute Idee. Ja. Kam mir irgendwie so spontan beim Ebay durchklicken mal wieder. Dachte ich so halt so ein Aluprofil. Kann man da ja mal für den. Weil die kann man dann für die verschiedenen Größen. Weißt du, weil der Rücklauf ist Dash 8. Der ist eine Nummer größer, weil den Fehler machen viele. Der Rücklauf muss von der Fläche her, obwohl man jetzt denkt, es geht ja Sprit weg. Das heißt, den Rücklauf kann ich kleiner machen, weil der Motor was verbraucht hat. Nee, ist eine Aberglaube. Im Leerlauf verbraucht so ein Motor kaum Sprit. Das heißt, auch im Leerlauf muss dieser Sprit wieder zurückkommen, ohne dass sich im Rücklauf einen Druck aufbaut. Weil sobald sich im Rücklauf einen Druck aufbaut, werdet ihr das Auto nicht vernünftig abstimmen können, weil wenn der Beziehdruck sich ständig ändert, kann man das einfach nicht vernünftig anpassen, weil es einfach, es ist einfach nicht steuerbar. Das heißt, wir brauchen Rücklauf Dash 8. Der ist dann größer. Der eine oder andere wird es jetzt gleich ausrechnen und ich weiß, es wird der eine oder andere schreiben, zweimal Dash 6 ist aber größer als einmal 8. Weil wir haben hier in 11 Millimeter. Ich kann euch aber sagen, es ist groß genug, das passt schon so. Weil, ja, für die Pumpen, für die Version, ein 8er Rücklauf reicht mit 11 Millimeter eben. So, das heißt, wir haben einen dickeren und zwei dünnere. Die versuche ich da irgendwie zu dritt in dieses schöne Profil rein zu kriegen. Das verschweiße ich irgendwie, die Liete ist zusammen, keine Ahnung, mal gucken. Das wird natürlich am Ende auch noch schwarze Pulver beschichtet, dann sieht man da nämlich auch nichts mehr von. Ja, so, Sprit geht nach vorne mit zwei Leitungen, geht links rechts an diese Einspritzgalerie. An der Stelle nochmal vielen Dank an meinen Kumpel Ben, Don Octan, der uns diese wunderschöne Rail geschickt hat. Die habe ich allerdings auch, derjenige, der jetzt gerade aufgepasst hat, erst eloxieren lassen und anschließend nochmal einmal Pulver beschichten lassen, weil ich finde einfach diesen, dieses schwarz, eigentlich ist es schwarz-matt, ich nenne so. Sechs Zylinder am Stück. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, angenommen, ich gehe auf einer Seite mit dem Sprit rein, ist natürlich immer die Gefahr da, dass es nicht bis zur letzten Düse einfach reicht, weil man darf immer nicht vergessen, unter Volllast, wenn das Einspritzventil voll aufgeht, geht da halt richtig Sprit weg. Das heißt, wir machen links und rechts und hier in der Mitte ist einfach ein Rücklauf, wo wir dann einfach wieder mit Dash 8 zum Benzindruckregler zum Tank gehen. Catch Tank. Das heißt, jeglicher Sprit, der von vorne wieder zurückkommt, geht hier rein, dass dieser Catch Tank wirklich immer gefüllt ist. Ja, das war es eigentlich soweit. Also du tankst es aber ganz normal in den Tank und der Catch Tank ist quasi nur so eine Zwischenlagerung. Genau. Okay. Trifft es ganz gut. Kommt eigentlich mehr aus dem, ich nenne es jetzt mal aus dem echten Rennsport. Also die Leute, die schnell um eine Kurve fahren, musst dir vorstellen, wenn du so ein, zwei G Querbeschleunigung hast und das länger, schwappt der ganze Sprit im Tank weg. Dann würden die Pumpen leer laufen. Genau. Die laufen irgendwann leer und in dem Moment ist halt keine Leistung da, Motor am Arsch, wie auch immer so ungefähr. Und deswegen wurde eigentlich so dieser Catch Tank konstruiert, der halt immer vom Haupttank befüllt wird und einfach nochmal ein kleineres Reservoir hat, was selbst bei Beschleunigungskräften nicht wegschwappen kann und somit für ein paar Sekunden das Ganze auf jeden Fall erstmal überbrückt. Und sobald du wieder geradeaus fährst, hat der Tank ja wieder ganz normal Sprit und macht das Ding sofort wieder voll. Perfekt, klar. Kann man natürlich jetzt genauso für Längsbeschleunigung sehen, für Viertelmeile, wie auch immer. Ist auf jeden Fall eine safe Lösung. Mal gucken, wo die Reise hingeht, leistungsmäßig. Ich sage mal, dieses System ist so locker für 1200 PS. E580 ausgelegt, würde ich mal sagen. Also sollte reichen. Sollte hoffentlich erstmal reichen für unseren OMA Golf mit Frontantrieb. Aber wie es halt ist, wenn man es jetzt einmal macht, kann man es auch richtig machen. Die Fragen sind zwar immer ein bisschen blöd, aber hast du automatisch mehr Leistung, wenn du anderen Sprit fährst? Ähm, jein. Schwierig. Kommt aufs Auto drauf an. Es gibt neuere Autos, die eine, zum Beispiel Direkteinspritzer, die eine perfekte Klopferkennung haben und immer an der Klopfgrenze fahren. Das heißt, in dem Moment, wenn du mehr als einen Tank höherwertigen Kraftstoff fährst, der einen gleichen Brennwert hat, also dass der Lambda-Wert passt, regelt er sich die Zündung natürlich immer, immer weiter, bis das Auto wieder anfängt zu klopfen. Das heißt, du kannst, was weiß ich, wenn du jetzt hier so einen MS109, so einen Rennsportkraftstoff nimmst, kann es sein, dass du 5 Grad mehr Zündung fahren kannst und dementsprechend 30 PS mehr hast. Okay. So, bei Ethanol kommt noch ein anderer Punkt dazu. Durch diese Unmengen, die du einspritzt, kühlt es einfach, die Verbrennung und die Abgastemperatur ist so 50, 80 Grad. Nee, ja. Das ist gut, ja. So, das ist gerade bei den Toromotoren wichtig. Ja, so, jetzt interessiert mich natürlich, wie das Ganze angebaut aussieht. Das heißt, ich reiße jetzt mal aus dem Golf erstmal alles raus und wir hängen das mal rein, würde ich sagen. Wir haben die Leitung jetzt in unserem Längsträger drin. Ich habe alle drei Leitungen in so einen Alu-Kevla-Hitzeschutz von uns noch gepackt, weil egal, wie wir jetzt hier dran rumschieben, wir schrabbeln nicht die Schläucher ab, sondern es ist auf jeden Fall nochmal einmal richtig dick geschützt. Zusätzlich ist es auch noch ein Hitzeschutz, das ist für den Bereich jetzt fast egal. Aber alleine als Scheuerschutz war das schon eine geile Sache. Das heißt, die Leitungen gehen jetzt von hier vorne bis zum Motor, kommen hier raus und müssten jetzt hier lang. Das, was ihr eben gerade mit dem Alu-Profil gesehen habt, kommt doch nicht zum Einsatz. Ich dachte, das wäre komplett gerade, ist aber nicht gerade. Das geht bis hier gerade, um die Ecke, gerade und wieder um die Ecke. Das heißt, ihr habt ja zum Glück im letzten Video Joel kennengelernt, JB Motorring. Ich blende es mal ein, der hat 3D gedruckte Halter genau dafür, witzigerweise. Die können wir perfekt nehmen. Das heißt, mit diesen Haltern können wir einfach die Leitung jetzt hier am Unterboden festmachen, an den originalen Gewindestifte. Das sind leider keine normalen, metrischen Regelgewinne, sondern das ist mehr so ein grobes Kunststoffgewinde. Deswegen ist diese Idee aus Plastik eigentlich perfekt. Das können wir allerdings erst später zeigen, weil die müssen jetzt erstmal auf dem Versandwege her. Ansonsten, Catch Tank sitzt soweit. Hier der besagte Filter, der original bleibt, der quasi zwischen Tank und Catch Tank sitzt. Jetzt allerdings ein Problem. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so eng auf dem Schirm. Wenn du hier mal rumfilmst, dann sieht man, wie eng das hier zum Auspuff ist. Das gefällt mir so natürlich nicht. Das kann so auch nicht bleiben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich mir da gedacht habe, als wir das so geschweißt haben. Das heißt, dieser Spritfilter hier kommt hier auf jeden Fall weg und den setzen wir irgendwo anders hin. Es ist theoretisch genug Platz. Sowohl wir könnten den hier hinter setzen, als auch vielleicht mit so einem doppelten Halter. Es gibt nämlich auch so schöne doppelte Halter. Vielleicht setzen wir ihn doch mit dem doppelten Halter hier an der Seite übereinander, dass wir Filter 1 und 2 haben. Ist ärgerlich, weil der schöne gepulverte Tank muss leider wieder geflext und geschweißt werden. Aber gerade beim Thema Kraftstoff ist oberste Vorsicht immer geboten. Und das, obwohl es hier so 5 cm sind, ist mir definitiv zu eng. Natürlich kommt da am Ende noch hier so ein Hitzeblech zwischen irgendwie. Ich sag mal so. Aber selbst das wäre mir zu riskant. Dafür, dass wir bekanntlich gerade nicht eilig haben, schweißen wir das lieber nochmal um. Und dann ist hier auf jeden Fall Platz ohne Ende. Und man kann das Ganze auch schön abschotten. Ja, sonst finde ich es aber cool. In dem Schwarz sieht das Ganze schön dezent aus. Die Tiefe passt auch genau. Also ist nicht tiefer als das Auto. Am Ende kommt ja eh wieder eine komplette Platte runter, damit der Unterboden schön glatt ist. Deswegen denke ich, ist die Lösung so cool. Jetzt warte ich auf die Halter von Joel. Dann schweißen wir den Tank um und dann haben wir endlich genug Kraftstoff. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. 1 Also, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.